Ich muss mal wieder den Gothic 2 Speedrun streamen. Mittlerweile bin ich fast gut. Story of my life. Dein Internet streikt furchtbar. Hast du schon mal die Gewerkschaft angerufen? Neu Preisverhandlung? Ich brauche endlich mal wieder Freunde. Wir hatten es ja im letzten Stream drüber Ankoron, dass ihr so meine neuen Freunde geworden seid. Und das ist mir deutlich lieber als das, was ich bisher hatte. Das ist so traurig und so gemein zu gleichen Teilen. Warum ist hier schon wieder ein Phantom? Oh Himmel. Gegenüber meinen Zuschauern jetzt? Wo ist das Phantom hin? Ich bin dafür, dass sie das für den Multiplayer anpassen. Aber du zuckst nicht mit mir. Diese Grafik animiert mich immer wieder selber zum Spielen. Ja, dann nehmen die Spitzöcke in die Hand und let's go. Au. Ja, keine Ahnung Ankoron, was spielst du denn so gerne? Außer Minecraft. Hast du dir grad was in den Mund gesteckt? Ein Penis. Ne, ein Energy Drink. Was? Hä? Wo waren wir? So. Ey, was hab ich da jetzt rausgedroppt bekommen? So, der Gang hier sieht doch schon mal nice aus. Von der Nicigkeit her. Was ist? Ich hab eine Phantom Membran bekommen. Okay. 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 So. Ähm. Ich bin ja offen, auch mit der Community was zu spielen. Also, da hab ich null Probleme mit. Wenn's nicht grad ein Minecraft-Server ist, den man managen muss. Na, da merke ich, dass ich keinen PC hab. Äh. Du lehnst grundsätzlich nur jedes MOBA ab. Du lehnst grundsätzlich nur jedes MOBA ab. Äh, MOBA. Okay, dann spielen wir Dota 2. Moment. Äh, halt. Ich wollt an irgendeine Truhe wollte ich ran. Fuck. League of Legends. Das klingt doch. Granit hab ich gesucht. Danke. Granit. Hast du nicht eine Sortiermaschine, die dir sagen sollte, wo was ist? Ja, aber die ist noch nicht ausgereift. Kaputt. Ähm. Aber, äh, Minecraft gibt's doch auch für Xbox, meine ich. Und bin mir unsicher, ob auch für PSG... Was? Warum gehst du denn, Ankoron? Mann. Rip Ankoron. Ankoron, Dad. Ähm. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du für Games hast. Terraria? Ne, Terraria ist nicht meins. Also, das ist mir zu 2D. Äh. Weswegen, äh, findest du Männer nicht attraktiv? Die sind dir zu 2D. Ah. Die dann auch mal. Halt. Äh. Kannst du mal konsumieren, Kubus? Der Freundschaftsfreitag ist echt nicht gut. Wir verlieren hier nur Zustauern. Mann. Ich mag Terraria und ich hab Terraria auch mehrere hundert Stunden gespielt. Moment, Spiele müssen ja irgendwas kurz sein, was nicht geht. Anno, Command, Conquer oder Civ. Ich mein, ich hab schon lange Bock mit irgendwen wieder ne gute alte Runde Civ zu spielen. Ne, wenn dann Anno. Äh, ich besitze... Anno 1404. So toll das Spiel im Koop-Modus. Aber ich glaub... So geil. Ich glaub, das besitze ich sogar. Anno 1404. Könnt nicht zu Tode spielen. Stenari... Uh, ich muss endlich meinen Run in Stenaris beenden. Goddammit. Damit ich, äh, wieder Platz hab für einen neuen Run. Der dann über sieben, äh, sieben Wochen ausgestreckt wird. Und... Hätte mich in Steam, äh, ähm... Nun. Da musst du mich aber auch fetten. Ich benutze halt Steam nicht wirklich. Ehrlich gesagt. Weil... Ne, weil die Spiele, die ich dann auf Steam hab, dafür benutze ich einen Emulator. Weil ich hasse Steam. Puh... Ich hab'n... Ich hab'n Steam-Emulator tatsächlich. Warum? Weil ich Steam hasse. Ja, warum? Es ist einfach nur nervig. Da willst du ein Spiel spielen. Äh, ich muss erst updaten. Ich will das updaten. Ja, aber ich muss erst updaten. Ich will das updaten. Ich muss erst updaten. Fick dich. Die Probleme hatte ich bisher noch nie mit Steam. Anno es ist nice und hab' ich immer noch kein Schimmer, wie das richtig geht. Ich weiß nicht, wie ich das Endospiel mit geschafft hab. Ich bin mir unsicher, welches Anno das war. Ich glaub' das war sogar 1404. Ich weiß aber nicht, ob ich die CD dafür noch hab' Da musste man Stein haben als eine Ressource, damit man quasi weiterspielen konnte. Kann sein, aber ziemlich früh sogar schon. Ja, über zwei oder drei Jahre hinweg hab' ich nie verstanden, wie man an Stein kommt. Weil alle anderen tollen Ressourcen, da musstest du ja jemand hinschicken, der hat dir dann aufgedeckt. Guck mal, das ist Salz, das ist dieses, das ist jenes. Bis ich dann irgendwann mal aus Versehen ein Steinbruch, ne, so eine Mine, einfach nur irgendwann einen Felsen dran gebatscht hab' und dann festgestellt hab' Oh! Oh! Ja, also diese Update-Politik geht mir halt auf den Keks. Am besten dargestellt bei GTA 4, wo sie hinterher Songs rausgepatcht haben. Das ist so dumm. Okay. Ich hab' Steam immer schon gehasst. Und dann hab' ich halt irgendwann gesehen, es gibt einen Steam-Emulator. Wo du diese ganze Scheiße nicht hast. Na und ich mein' jetzt, wo der Epic-Store ja so ziemlich am florieren ist, besteht ja die Chance, dass Steam jetzt mal aktiv wieder sinnvoll weiterarbeitet. Äh, was wollte ich denn? Wie stellt man den Bilderrahmen her? Ähm, ich glaub' es ist Wolle, umgeben von Sticks. Ach, Wolle? Ich hab' doch keine Wolle hier. Wenn du neun Fäden hast, kannst du daraus eine Wolle machen. Das sieht so aus, als hätte ich Fäden. Äh, nun... Du fängst gleich ne Fäde mit mir an! Oh, wollen wir richtig ne Fäde feiern? Oh ja, Mann! Okay, also, also so halb funktioniert das System, das Totalsystem schon mal. Nun, Chef, ich weiß, sie wollten, dass das Projekt komplett fertig ist. Bei dem Zeitpunkt, zu dem ich das liefere. Aber ich hab's halb zum Laufen gebracht. Steam ist mit dir, da die verweigern dir das Spiel, wenn es nicht absolut up-to-date ist. Da konnte ich entscheiden, welche Version ich fahre heute nicht. Du kannst heutzutage auch noch entscheiden, bei den meisten Spielen, oder bei vielen Spielen, welche Version du haben möchtest. Da gehst du Rechtsklick, dann auf Eigenschaften. Äh, zumindest bei Stellaris geht das. Und dann kannst du halt auf ne frühere Version zurückgehen. Problemfall. Oh shit, es könnte sein, dass ich die Gänge falsch abgemessen hab. Oh shit. Das fällt mir gerade erst auf. Aha. Und wie schlimm ist das für dich? Eine solide 5 von 7. Also perfekter Score. Ei, ei, ei. Aha. Ja, natürlich kann da Steam nix dafür, trotzdem nervt's mich. Auch, dass ich meine Retail-Spiele, die ich im Laden gekauft hab, theoretisch erstmal über Steam aktivieren müsste. Kotzt mich an. Weil mein Gaming-Rechner hat halt kein Internet. So. Aber wie spielst du denn Videospiele? Allein. Awww. Meistens. Dann kannst du ja nicht mehr irgendwie Community-Spiele spielen. So, wir können Community spielen. Doch, da geh ich an mein Drittrechner. Der kann ja Internet. Du weißt nicht, wie neidisch ich grad bin, dass du einfach 3 Rechner hast. Ich hab 7. Was laberst du? Du hast 7. Ja. Du brauchst doch 7 Rechner. Für 7 Rechner musst du gehen. Über 7 Rechner musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. 7 Mal fliegt dann die Sicherung raus. Es ist tatsächlich so. Ich hab ne... Wenn ich mein Rechner... Also wenn ich meine Hauptsteckdosenleiste anschalte abends, wenn ich nach Hause komme von Arbeit. Mhm. Dann muss ich erst dann ein paar Stecker ziehen, weil sonst fliegt die Sicherung raus. Wow! Das ist... das ist geil. Weißt du? Warte mal, ich kann ja mal... Ist irgendwas... Ich überleg grad, ob irgendwas peinliches ist, was man durch die Webcam sehen könnte. Moment, ich bin gleich wieder da. Also ich bin noch da im Stream. Man sieht mich nur nicht. Facecam-mäßig. Ich muss mal kurz aufstehen. Moment. Leute. Das hat so... In der Zelle random rumliegen. Ein halbes Dutzend Rechner. Und zwei Mischpulte. Ich stelle mir seitdem, wo du wie so ein Hardware laden vorjetzt. Ja moin. Willkommen bei... Nase Electronics. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, da ist... Ne... Netzteil vom Mischpult durchgebrannt. Jetzt kommt's Bomben im Hintergrund. Ich stelle mir grad, äh, sein Zimmer vor wie das Lager von meinem alten Job. Da war so ein ganz großer Metallschrank, ähm, den andere Azubi und ich aufgebaut haben. Äh, und dort waren halt zig Server und sowas drin, äh, Kabel. Also Kisten voller Kabel und sowas. Also Ethernet-Kabel. Ich bin wieder da, hallo. Bibi. Ähm, kann ich hier stehen bleiben? Ich lock mich mal kurz aus. Moment. So, also. Ich nehm mal die Webcam. Ich führ euch mal. Hallo. So, Achtung. Schau mal, ob ich... Das wird interessant. Äh, das Kabel ist ein bisschen kurz. Egal. Hallo. Ich krieg den Stream nicht genau an. Was soll denn der Müll? Sehr gut. Ähm, erkennt man das? Ich bin mir nicht sicher. Ruhmschur. Also, quasi, sieht man das? Das ist noch ein bisschen unordentlich. Das ist komisch mit dem Greenscreen. Findest du? Ähm, das ist echt schwierig mit der Cam. Moment, ich mach mal den Zoom raus. Oh Gott, das sind aber recht viele Kabel, die du da hast. Und Schmuh. Achso, ich sehe grad übrigens was. Ja, Moment, ich zoome mal weiter raus. Von der Kamera her. Ah, da drüben geht's auf. Irgendjemand hat grad was gemacht. Ich höre was. Ich höre einen Sound. Oh Gott. Wo? Ach Gott. Schattenbohren, die Nase. Mach doch sowas nicht, wenn ich überhaupt nicht auf dem Stream gucke. So, jetzt hab ich ein bisschen rausgezoomt. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob das geht. Wofür führt das Kabel eigentlich hin, verdammte Axt? Ich find's schön, dass es ausschaut, als hättest du etwas so ein bisschen random Minecraft in deinem Hintergrund. Genau, ja. Zwei Jahre, ja, zwei Jahre. Also, wie ihr seht, das ist so mein Computertisch. Also, der PC ist ja in nem Tisch eingebaut. Ne? Sieht man das? Ich glaub, das erkennt man, oder? Warum ist der PC in nem Tisch eingebaut? Ja, es sind zwei PCs drin. Okay. Das eine ist der Gaming-Rechner und das andere der Streaming-Rechner. Okay. Ja, man erkennt Stuff. Und es leuchtet und blinkt schön. Es blinkt schön. Ich muss mir kurz meine Hose anziehen. Moment. Ich muss mir kurz meine Hose anziehen. Wunderbar. Ja, absolut. Das ist quasi Rechner 1 und 2. Unter dem Tisch steht auch noch ein Server. Ne? Kennt man ja. Da hinter mir steht auch noch ein PC. Ist das dein 100TB-Server? Ja. Und? Jetzt muss ich mir die Kopfhörer abziehen. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Da hinten steht auch noch ein PC. Diese Drei-Kammer-Rechner. Ist auch noch ganz cool. Was zum Fick? So. Warum hast du einen Drei-Kammer-Rechner? Weil er cool aussieht. Wirklich nur deswegen? Ja. Warum denn auch so? Was? Manchmal stellst du komische Fragen. Jetzt muss ich nur die Kamera irgendwie wieder richtig einstellen. Oh Gott. Lüfe. Lüfe. Das bestätigt wie das Streamer tragen könnte. Also ich trage gerade noch Hose. Auch wenn ich die vorhin mit Ei ein bisschen vollgekleckert habe aus Versehen. Wenn du mir zufällig ein bisschen was von abgeben. Äh. Ne. Frag morgen nochmal. Braucht den Rechner alle. Frag morgen nochmal. Heute wird nichts verschenkt. Morgen schon. Äh. Vielen lieben Dank. Äh. Schattenborn. Für deine Subscription. Vielen lieben Dank. Äh. Äh. Warum bist du bei mir noch nicht gesuppt? Äh. Ich hab kein Geld. Doch du hast 2,50 von mir bekommen. Gerade eben. Äh. Moin Leilin. Leilin. Was geht ab bei dir? Leilin. Leilin. Ja ich bin. Ne Namen und sowas kann ich nicht. Läuft über geht es wieder Space Taxi. Hi 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 today. Du 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 du. Space Taxi to the sky. Was hab ich denn noch mal ein bisschen Schandmaul rein glaube ich. Beine auseinander. Beine wieder zu und raus bist du. Oh. Du hast die Roomtool verpasst. Ja du 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 hast Nase ohne Hose verpasst. Quasi. Wow. Au. Grüß dich Leilin. Schön dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich. Das war auch viel zu amazing man genau. Echt? Was? Eins zu. Nase ohne Hose war schon hot. Ja. Könnt mich alle mal gerne haben. Stimm mich zu. Und ein paar Lieder. Komm jetzt. Mach doch Leilin nicht fertig. Das stimmt doch alles gar nicht. Also die Lieder nicht. Das stimmt nicht. Also das stimmt nicht. Es freut mich. Was ich immer alles verpasse. Ne du hast halt Nase ohne Hose verpasst sogar. Ne ich habe jetzt Nase bluten deswegen. Ja aber Leilin hat auch echt ein Talent dazu. Äh. Sachen zu verpassen. So. Das ist einfach. Ja. So. Achso ich habe den Schmur weggedeckt. Ich bin doch doof. Bestes Lied grad ever. Ja. Sonnenstrahl läuft grad. Von Schandmaul. Sehr geiles Lied. Kann ich auf der Gitarre. Ist geil. Kenne ich nicht Schandmaul. Wer ist dort? Boah ey. Komm. Geh in die Ecke und spiel Gossip. Okay. Also heute hast du Roomtour. Also was heißt Roomtour. Ich habe kurz meine PCs gezeigt. Die. Und deine Hemden. Die ich da habe. Ähm. Und bei den Gossip Streams ist es wieder mit den Subscriptions eskaliert. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Ähm. Und dann habe ich Lieder gespielt. Und dann hat er den Stream kaputt gemacht. Ja. Und dann hatten wir einen Stromausfall. Null. Habe ich den Spur jetzt hingelegt? Gott dammit. Eigentlich habe ich sieben. Aber die sind hinter dem Greenscreen. Aber es sind auch schon älter ehrlich gesagt. Die fahren nur hier super. Wie funktioniert das eigentlich mit dem 2 Kammer PC? So. Du meinst das mit dem 3 Kammer. Äh. Entschuldigung. Ich kann nicht bis 3 erzählen. In der Kammer ist ein Bauteil drin. Und in der Mitte ist ein Kabelkanal. Der alles verbindet. Okay. Oben ist die Grafikkarte. Links ist das Mainboard. Rechts ist das Netzteil. Stellt man normalerweise nicht Grafikkarte auf Mainboard? Quatsch. Bei den alten Rechnern, Ankoron? Meinst du? Olai Lin tut mir gerade voll leid. Mann. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber noch irgendwo eine 750er rumfahren zu haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob die besser war als die 670er. Wenn ich nicht da bin. Genau, Leilin. Das ist der Hauptgrund. Genau. Warum da unten rechts die Sound stehen? Das ist der Hauptgrund. Weil es die Möglichkeit gibt und ich das lustig fand. Wollen wir tauschen? Ne. Wobei ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die gerade rumfährt. Ich müsste die echt erst suchen. Tatsächlich. Stell dir vor, so viele Rechnerteile zu haben, dass du einfach eine Grafikkarte verlierst. Entschuldigung. Also ich müsste eigentlich drei Grafikkarten hier rumfahren haben, um den Esel komplett verwirrt da zu liegen lassen. Das ist ein komisches Sprichwort. Ich glaube, das ist nicht mein Sprichwort. Doch, ich hab's ja gerade gesprochen. Das ist aber ein Sprichsatz. Ne. Aber ich hoffe, du bist dann beim Musik-Stream dabei, Leilin. Ne? Irgendwie habe ich gerade das ungute Gefühl, dass Leilin nicht bei dem Musik-Stream dabei sein kann. Ja, laut Dudel-Umfrage ist der Haken in Klammer. Stimmt, Dudel. Ne, ne, das ist von der Umfrage. Leilin. Äh, ich baue hier wieder Müll zusammen. Ist unglaublich. Ich höre seit zehn Jahren Schandmaul und das Lied, was gerade läuft, kenne ich einfach nicht. Wow. Und ich soll mich jetzt in die Ecke gehen tun? Ja, weil du kein Gosse gespielt hast. Das ist Hauptgrund genug. Guck. Nun, ich kann aber auch Schandmaul nicht. Ist übrigens so geil, äh, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Schleim. Wie sich, wie sich meine Laune gerade verbessert hat in den letzten Stunden, wenn einfach die Stammzuschauer da sind. So geil. Hallo. Hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ja, ich kenne nicht mal Wandersmann, das stimmt. Ist Wandersmann auch ein Lied von denen? Oder wie? Ach. Klappe, Ankoron. Okay, ich lasse mir da gehen, wo die Stammzuschauer da ist. Tschüss, Ankoron. Wenn nett, dich dabei gehabt zu haben. Lass doch noch ein Follow da und ein Subscripten, bevor du gehst, Ankoron. Ne? Damit supportest du mich und den William. Ich meine, würde ich irgendwie Provisionen bekommen für jede Person, die dank Minecraft bei dir auftaucht, dann würde ich damit auch unterstützt werden, ja. Ähm. Ist ja nicht so, als hätte Ankoron schon 10.000 Subs letztes Mal verteilt, ne? Äh, wann ist man das von Schandmaul das allerbeste Lied? Finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, willst du und Sonnenstrahl besser. So, boom. Ich kenne willst du nur von, äh, Alligator. Oh ja, das, das war eine Odyssee, das zu lernen. Das wollte ja Ankoron haben. Beziehungsweise er wollte ein anderes Lied haben, wo ich gesagt habe, das kriege ich nicht hin. Guck mal, so, so gern hatte ich Pappnase, dass er ein Lieder für dich nicht hinbekommt. Ankoron fiel in die mir schon ein Follow. Sehr geil. Und jetzt noch Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, liken, eure Mutter geben, Bilder malen, äh, Bilder einschicken. Äh, weiß ich nicht leider nicht. Glaube ich habe es im Stream schon mal gespielt, aber kann natürlich sein, dass du da gerade nicht da warst. Weißt du noch, wie, wie Trashys Song geht? Von, was? Mr. Trashback. Oh, Prinzessin läuft gerade im Hintergrund. Das war das erste Schandmaullied. Was? Nochmal? Ankoron, ich kenne dich nicht. Ich habe mich respektiert. Ankoron, du bist doof. Was hat er gemacht? Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Oh nein. Ankoron. Vielen, vielen lieben Dank. Ankoron. 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 Ankoron, kannst du was da gehen, wenn ich kurze Dinge im STREめ? Ich meine, man muss mich halt nur vorwahren. Dann kann ich nämlich meine Musik ausmachen. Ich bin runtergeflogen, oder? Ich will dann mal gucken, ob ich da noch kann. Ich mach mal mal ganz kurz meine Musik aus. So, jetzt kannst du... Jetzt habe ich nichts mehr da gerne. Hi Mod, grüß dich. Moin Mod, na? Du kommst genau richtig zu Musik. Mod, ich habe gehört, dass du nächsten Freitag nicht kannst. Was ist los? Irgendwie ist es gruselig, wenn du in Minecraft keine Sound mehr hast. Zumindest hörst du den von Monster. Moment, ich hole mal kurz meine Gitarre, gleich wieder da. Roomtour, Pogchamp. Roomtour, Poggers. Was ist das denn für ein Block? Ich glaube, das ist Quarz, ne? Jetzt quietscht das. Jetzt quietscht das noch mehr. Okay, also ich habe hier gerade wieder den Quietschisch-Stream. Ich kann aktuell feit, dass ich nicht, weil ich arbeiten bin. Ach, Ripp. Sorry, das zu hören. Da tut er sich sogar noch weh. Guck mal, er tut sich weh für euch. Ich weiß nicht, ob er sich in seinem Stream gemutet hat, aber er hat gerade Aua gesagt. Ganz, ganz tolle Aua hat er gesagt. Blut strömt er jetzt. Er hat sein Zimmer rot gestrichen damit, aus dem Green Green-Screen wurde ein Red-Screen. Ich habe gerade vergessen, dass ich das mal gespielt habe. Ich gucke mal, ob ich das noch hinkriege. Gott. Dann seien sie live dabei, wie Lord Pappnase verkackt. Jetzt, neun Kilo. Ein Film von Til Schweiger. Hört man das? Ja. Okay, ich mut mich noch mal kurz in meinem Stream. Ich muss mich kurz einsinken. Deinen Zuschauer hören, was ich sage. Willst du mit mir drauf gehen? Moin, Mary. Na, alles fresh bei dir? Oh, das sind nicht die richtigen Akkorde, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Lied nicht. Also, es hört sich gut an für mich. Das hört sich nach anderen Akkorden an. Ist verstimmt. Ja, deine Gitarre ist verstimmt ein bisschen, ne? Nö. Hi, Mary. Grüß dich. Doch, ein bisschen ist die. Nö. Ja, doch ein bisschen. Nö. Doch. Nö. Halt mal dein Stimmgerät dran. Nö, ist nicht verstimmt. Das hört man hier ganz gut. Ne, passt alles. Perfekt. Was? Äh, Gott, Jan. Jetzt versuche ich gerade. Äh, äh, äh. Das war... Wo Himmel und Erde einander berühren, Ein glutroter Kuss kannst du sehen, kannst du spüren. Farben verblassen, Ruhe kehrt ein. Im dunklen Gewand zieht die Nacht herein. Prinzessin, schließe die Augen. Schlafe nur seelenruhig ein. Prinzessin, du kannst mir glauben. Ich leuchte dir, fange Sterne dafür. Schlafe nur, schlafe nur ein hier bei mir. Schon funkelt es hell am Firmament. Oh, das ist nicht richtig. Schon funkelt es hell am Firmament. Hat je wer für dich all die Sterne gezählt? Ein Traum wird dich holen, dich außer wir. Flieg mit ihm daheim, lass dir Märchen erzählen. Prinzessin, schließe die Augen. Ich leuchte dir, fange Sterne dafür. Schlafe nur ein hier bei mir. Gibt es noch eine dritte Strophe? Nee, okay. Hat wer Geburtstag? Nee. 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 Ich weiß jetzt übrigens, warum sich die verstimmt angehört hat für mich. Weil Discord zwischendrin so ein bisschen kaputt gemacht hat. Sehr gut. Puh, wow. Gut, gut Job, Minecraft. Ist ja ein richtiger Mini-Kraft-Sänger. Ey, yo. Ein Mini-Kraft. Mehr Musik, mehr Musik. Mehr Musik, mehr Musik. Zugabe. Nee. Zugabe. Ich will da jetzt auch den William nicht so aussperren. Ich meine, ich kann auch meine Gitarre holen. Die ist zum einen A extrem verstimmt, zum anderen bin ich B voll eingerostet. Und C, ich kann nicht singen. Das wird lustig. Das Prinzessin muss ich nochmal üben. Das will ich dann auch am Musik-Stream-Tag spielen. Das hatte ich total vergessen, dass ich das mal kann, konnte. So, hallo an alle. Hey, 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 Mary. Hallo. Grüß dich. Habe ich schon gesagt? Hallo? Habe ich schon gesagt? So, hallo gesagt. Käfer, du hast aber nicht gesagt, wie es dir heutzutage geht. So. Ich könnte meine Augen noch greifen, ich hätte irgendwann keine Zeit mehr weiterzulernen. Dinge, also das Problem für mich damals, äh, ich bin vom Server geschlagen. Ähm, ich hatte damals angefangen, oh Gott, äh, und, ähm, hatte das irgendwann mit einem Kollegen gemeinsam gemacht. Oh, und der hatte sich mit einem anderen Typen angefreundet, der halt auch bei uns ungefähr in der Gruppe war. Ich konnte den Typen nicht leiden, so, weil der hat mich gemobbt, mehrere Jahre lang, äh, äh, und war noch immer ein Arschloch, ähm, und dann hat mich quasi mein erster Freund immer weiter so beiseite geschoben und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Äh, diese Umfrage leiden, ich glaube, du hast sogar teilgenommen, du Nase. Ja, deswegen habe ich aufgehört, ähm, und ja, ich habe auch nicht aktiv irgendwie in meiner Freizeit geübt. Ja, ich kam tatsächlich über Guitar Hero zu Gitarre. Das war interessant. Erinnert mich an die eine Soft Park Folge, äh, wo, keine Ahnung wie die heißen, der eine Vater hat, äh, Akustik Gitarre gespielt und alle so, du bist doch scheiße. Na ja, haha, und dann halt das Kind, was Guitar Hero spielen konnte. Oh, hallo, Ghast, äh, wurde voll hart gefeiert.